Was geht ab? Hier ist auch in number 1, da ich begrüße ihn einzeln von euch noch, für euch geht es gut. In diesem Video geht es um einen neuen Wallbeach, den ich entdeckt habe mit dem Orkan zusammen, natürlich der Orkan. Und ich habe nebenbei nochmal in diesem Video zu sagen, kleine Stunts ausprobiert hier in GTA 5 Online. Und indem man diese Stunts durchgeführt hat, haben wir auf einmal einen Wallbeach entdeckt, hier auf der rechten Seite, wo das offene Tor ist, dort kann man zu 100% reinglitschen. Dies wusste ich dennoch nicht, deswegen kam das Video erst heute zustande. Und jetzt nochmal hier nochmal auf der Map zu präsentieren, wo wir im Moment an der Location sind. Wir befinden uns in der Nähe von einem großen Golfplatz an der Seite, wo der Zaun ist. Und gegenüber ist halt dieses Haus mit der offenen Garage. Ihr müsst einfach nur mit dem Motorrad 2 Meter, bevor das Tor getroffen wird, einfach absteigen. Und dann fliegt er nach oben durch diese Lücke. Und das funktioniert jedes Mal, wenn man das schaffen kann, dass man vor den 2 Metern absteigt. So wie jetzt. Und wir fliegen jetzt auf einmal hier in dieser Garage hinein. Aber dennoch muss man beachten, auch von der Benotung her 1 bis 10. 10 ist sehr gut, würde ich eine 3 geben dafür, weil er ist jetzt nicht der Beste. Man kann hier dennoch nur verstecken spielen, aber mehr auch eigentlich nicht. Weil man kann nicht perfekt rausschießen, nur hier unten durch die Lücke und wiederum bei den Ecken links und rechts. Durch das Garagentor selber kann man nicht durchschließen. Und auf der linken Seite, wo das Garagentor zu ist, dort auch wiederum nicht. So, deswegen eine Note 3. Mehr auch nicht zu sagen. Ich hoffe, euch hat das eigenermaßen gefallen. Wenn das der Fall ist, ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns beim nächsten Video. Out herein, euer Hochnummer Wanderler. Bis dahin und tschüss. Out herein, euer Hochnummer Wanderler.